ja moin zusammen es ist wieder montag und das heißt es geht weiter mit der reihe making und do it yourself und heute werden wir mal ein bisschen praktisch und nicht immer bei der theorie hängen bleiben heute gehen wir direkt an den drucker und ich zeige dir wie dein erster druck gelingen kann dafür habe ich natürlich einige screens hier für euch vorbereitet ich muss noch auf teil gehen ich habe ja ein etwas abenteuerlichen aufbau und meinen 3d drucker einmal auf die cam gestellt da kommen wir nachher zu aber erst einmal doch ein paar hundebilder ein paar folien und dann gehen wir direkt an den drucker okay so gelingt dann erst der 3d druck die letzten male hatten wir schon einige theorien wie das überhaupt funktioniert mit einem 3d drucker und jetzt ganz konkret die frage woher weiß der drucker eigentlich was er konkret machen soll wenn ich ihm irgendeine datei gebe wie kommt da dann am ende ein plastikteil raus im prinzip ist das ganz einfach am anfang steht immer der 3d körper das ist meistens eine sogenannte stl oder obj datei die erstellt man am computer oder lädt sie sich runter die geht dann in einen slicer das ist die schnittstelle zwischen unserem 3d körper und dem 3d drucker der übersetzt nämlich diesen körper in einen maschinen code den der drucker verstehen und abarbeiten kann die drei häufig ist häufigsten slicer die open source kostenlos sind sind hier kira brusas slicer oder der slice 3r oder slicer da gehen wir nachher auch nochmal kurz darauf ein und dann natürlich der wichtigste part was müssen wir am 3d drucker machen welche vorbereitungen sind nötig nötig damit unser druck dann am ende auch wirklich funktioniert fangen wir also mit der druck datei an es gibt verschiedene modelle aus dem internet die man sich zum beispiel runterladen kann wenn man vielleicht noch nicht so die erfahrung hat eigene dateien zu erstellen da ist hier immer singe was eine ganz gute adresse weil dort viele maker kostenlos ihre dateien zur verfügung stellen zum runterladen nach basteln anmalen mit anleitungen teilweise man kann sie natürlich auch oder das empfehle ich immer sie selbst zu erstellen denn irgendwann hat man viel von anderen gedruckt und merkt dann eigentlich passt das nicht so genau auf meinen use case und wir sind ja auch irgendwie alles maker und möchten selber machen also geht es dann eine eigene cad software im nächsten jahr geht es dann mit dem blog weiter wie erstelle ich denn eigentlich meine eigenen 3d dateien und was muss ich machen damit ich das dann am ende auch hinbekomme das ist nämlich gar nicht so schwer wie sie es vielleicht anhört und wir brauchen für die ftm 3d drucker immer eine stl oder obj datei die seht dann also so ein 3d körper sieht dann ungefähr so aus wie auf den bildern das ist jetzt die solide ansicht und was dahinter steht das ist einfach nur ein oberflächen körper das heißt die oberfläche dieses objektes hier ist mit kleinen polygonen beschrieben bestehend aus punkten ecken und faces flächen und die setzt der 3d drucker dann am ende um und macht daraus ein ja ein kleines plastik teil gut haben wir das mit dem 3d körper und der grund datei erst einmal geklärt kommen wir zu einem der wichtigsten punkte nämlich dem gleising also dem erstellen des maschinen codes hier wird entsprechend der 3d körper in die befehle übersetzt und da gibt es jede jede menge einstellungsparameter die wir vornehmen können die auch teilweise vorempfohlen wurden damit das ganze auch funktioniert hier schauen wir uns jetzt einmal die kostenlosen slicer ultimaker kira slice 3r und brusas leiser an ja will gar nicht lang drüber reden die sehen alle gar nicht so unterschiedlich aus man hat hier eine sicht wo man seinen 3d körper sehen kann man hat irgendwo ein fenster wo man hier zum beispiel die verschiedenen parameter sieht die man dann einstellen kann wie zum beispiel die z höhe von den layern also wie viel das bett am ende sich verschieben soll oder der kopf um von schicht zu fahren und es gibt noch sehr sehr viele weitere settings die man einstellen kann wenn man schon ein bisschen mehr erfahrung hat oder wirklich ja noch ein paar mehr einstellungsmöglichkeiten haben möchte aber im prinzip für den anfang reichen meistens die anfänger einstellungen da gibt es häufig in vielen slicer auch die abstufung experte benutzer definiert anfänger probiert das einfach fangt langsam an und steigert euch dann nach und nach der zweite slicer ist hier der brusas leiser das ist der den wir bei uns im fab lab auch mittlerweile eigentlich für so gut wie alle geräte ausgenommen von den ultimaker natürlich verwenden einfach weil er uns mittlerweile die beste performance bietet aber das ist natürlich auch immer eine einstellungssache und wir haben uns jetzt an die gewöhnt wir arbeiten gerne mit dem deswegen werfen wir nachher auch einen blick in diesen brusas leiser und dann zeige ich euch mal live wie sowas eigentlich aussieht hier haben wir auch wieder ein druckbett unseren körper wir haben irgendwie einstellungen für die ganzen parameter können umschalten zwischen einfach erweitert oder experte aber da schauen wir nachher noch mal genauer rein hier noch mal ein blick in den slice 3r der hat auch wieder unser objekt ein paar einstellungen ist alles sehr ähnlich ist dann geschmackssache auf was musst du denn jetzt konkret beim slicing achten was sind wichtige stellschrauben die wir andrehen müssen damit unser druck am ende gelingt letztes mal habe ich euch einige verschiedene materialien vorgestellt und das ist tatsächlich auch der springende punkt denn je nachdem was wir drucken brauchen wir andere einstellungen damit der druck am ende gelingt zunächst einmal gibt es hatte ich das war glaube ich auch letzte woche verschiedene durchmesser von filamenten einmal 285 oder 175 hier müsst ihr entsprechend schauen dass ihr wirklich die richtige den richtigen durchmesser eingestellt habt weil sonst funktioniert das mit dem ganzen zusammenspiel von drucker und filament am ende nicht und der druck schlägt wahrscheinlich viel ein weiterer sehr wichtiger punkt ist natürlich die temperatur und zwar sowohl von der nozzle als auch vom heat bed an der nozzle wird das filament aufgeschmolzen je nach material brauchen wir hier zwischen so 210 bis 250 grad ein weiterer wichtiger punkt den wir einstellen können ist die kühlung das heißt das ist prozentual angegeben die geschwindigkeit oder die power des lüfters der dann am ende unsere schicht die aufgetragen wurde wieder abkühlt damit wir die schichten miteinander verbinden können und dann natürlich die geschwindigkeit wie schnell der druckkopf von a nach b fährt damit das dann auch alles irgendwie am druck bett haftet und noch ein ordentliches 3d objekt gibt nach den material einstellungen haben wir natürlich auch die druckeinstellungen also die parameter die wir während dem druck oder beim beim leisen vom druck verändern können dass es zum zum einen die schicht höhe also wie viel die z-achse sich bewegen soll um mit der nächsten schicht fortzufahren das ist einmal das infil wir erinnern uns die 3d datei besteht aus oberflächen polygonen das heißt innerhalb dieses objektes gibt es keine informationen was da denn reingedruckt werden soll jetzt könnte man das natürlich massiv machen das ist aber gar nicht nötig das macht das nur unnötig schwer und man braucht sehr viel material deswegen kann man hier so ein sogenanntes infil oder füllmuster reinlegen dazu aber später auch noch mehr dann gibt es noch die möglichkeit für die druck bett haftung eine schürze oder rand prim heißt das im englischen ich empfehle immer mit den englischen begriffen zu arbeiten weil die deutschen meistens etwas unglücklich und weniger geläufig sind aber übersetzt wäre das schürze oder rand oder prim oder skirt im englischen und dann natürlich ganz ganz wichtig auch noch die stück strukturen aber viele weitere keine angst das sind erstmal die wichtigsten damit kommt ihr schon ganz schön weit nachdem wir in den slicer die einstellung gemacht haben müssen wir natürlich auch einen blick auf den drucker werfen denn unser slicer muss natürlich wissen wie groß ist mein bauraum überhaupt welche sprache spricht der drucker also welche firmware ist installiert wie muss ich mit dem reden damit am ende auch wirklich seine motoren bewegt welche düse ist verbaut da hatten wir letztes mal auch es gibt verschiedene durchmesser beispielsweise und damit das alles mit dem zusammenspiel und vorschub und co funktioniert der berechnet das automatisch im normalfall muss der düsen durchmesser stimmen und bei druckern die mehrere extruder haben also mit mehreren filamenten gleichzeitig drucken kann brauchen wir natürlich auch die extruder anzahl wenn wir zwei haben müssen wir die auch einstellen sonst können wir sie entsprechend nicht verwenden das waren jetzt schon sehr sehr viele vokabeln keine angst ich habe sie euch noch einmal anschaulich hier aufgeschrieben das ist jetzt das bild von eben so einer geschleiste also in schichten zerlegte 3d körper datei und hier ist farbig eingefärbt einmal die verschiedenen ja komponenten dieses teils hier in so einem braun gelb sehen wir beispielsweise die schürze oder rand oder im englischen auch einfach prim genannt diese dient dazu dass das teil am ende gut am druck bett haftet und sich nicht während dem druck prozess los löst und dann ja der drucker praktisch keine chance mehr hat auf die letzte schicht auf zu bocken weil das objekt irgendwo anders ist dann gibt es hier sogenannte wandlinien oder auch outer walls auf im englischen hier kann man die anzahl einstellen und damit die dicke dieser wand bestimmen das gibt einmal hier die outer walls und die inner walls outer walls sind hier das dunkle gelb und das andere hier dieses helle gelb wenn man eine einstellt hat man entsprechend einmal den düsendurchmesser zum beispiel 0,4 als außenwand schicht und 0,4 als innenwand schicht wenn man die entsprechend erhöht hat man dann ein vielfaches des düsendurchmessers als außen schicht das ist vor allem wichtig wenn man teile drucken möchte die zum beispiel etwas robuster sein soll da macht es dann sinn diese wandstärke entsprechend zu erhöhen es macht aber meistens keinen sinn bei großen objekten die wandstärke so weit zu erhöhen dass es praktisch massiv nur aus wandlinien besteht denn diese wandlinien brauchen deutlich länger als zum beispiel dieses füllmuster zum drucken und damit dauert der druck wirklich ewigkeiten so hier in lila dargestellt haben wir die sogenannte bodenschicht oder der bottom layer der ist relevant weil er hauptsächlich für die druckbett anhaftung mit sorgt deswegen gibt es in vielen slicern die möglichkeit diesen diese bodenschicht separat einzustellen da kann man dann zum beispiel den vorschub den sogenannten flow also wie mit wie viel druck das filament aus der düse gepresst werden soll erhöhen damit es sich so ein bisschen mit dem druckbett verbindet und besser anhaftet und es macht meistens sinn die bodenschicht etwas langsamer zu drucken damit eben diese druckbetthaftung besser funktioniert und dann später beim objekt kann man dann wieder schneller drucken weil das nicht mehr so wichtig ist dass er sich wirklich mit dem bett verbindet hier in rot dargestellt sehen wir jetzt dieses infillmuster das sind jetzt einfach kleine vierecke das kann man beliebig wählen habe ich gleich auch noch mal ein bild für euch und je nachdem welches muster und welche dichte man von diesem infill nimmt hat man natürlich auch andere festigkeitseigenschaften des objektes so fehlen eigentlich nur noch die sogenannten stück strukturen die sind hier in grün dargestellt diese stützen werden nach dem druck von uns entfernt die möchten wir nicht mit dabei haben aber die braucht der drucker damit er wenn er irgendeinen wenn er zum beispiel einen t drucken möchte und hier diese teile kann er nicht einfach in der luft drucken das bedeutet wir erstellen stück strukturen worauf er diese schichten von unserem objekt dann ganz bequem auflegen kann da die aber nicht zu unserem objekt gehören müssen die entsprechend später entfernt werden dann gibt es noch zu guter letzt die deckenschicht oder den sogenannten top layer der ist dann dafür da dass das objekt auch schön sauber verschlossen wird und dass wir eine gute schließende decke haben hier macht es teilweise sind diese deckenschicht etwas zu erhöhen zum beispiel bei flexiblen materialien weil hier sonst häufig löcher in dieser oberen schicht entstehen und man dann in den 3d körper reinschauen kann oder in das 3d druck teil reinschauen kann und dann das infil sieht was man im normalen fall eigentlich nicht möchte hier nochmal einige ich sehe die 3d bienen waren sind etwas verrutscht das tut mir natürlich leid einige infil muster oder innen füll muster wie ich es so schön einfach mal ins deutsche übersetzt habe es gibt die möglichkeit hier so ein geradliniges zickzack praktisch zu legen dann etwas konzentrisches zu machen ganz ganz beliebt sind auch die bienen waben in 2d oder 3d ein gyroid wird sehr sehr häufig gedruckt und auch die dreiecke wir haben bei uns im fab lab tatsächlich so ein kleines test pattern gedruckt dass man sich diese kleinen würfel einfach mal anfassen und in die verschiedenen richtungen die festigkeit prüfen kann das empfehle ich euch tatsächlich auch wenn ihr einen makerspace habt oder einen eröffnen möchtet weil das ein sehr sehr gutes gefühl vermittelt wie viel infil brauche ich überhaupt damit es stabil ist und welches infil sollte ich verwenden man kann nämlich den die fülldichte oder den füllanteil auch noch verändern und anfänger neigen vor allem dazu am anfang zu sagen ja ich drücke jetzt mit 80 prozent das soll ja ordentlich stabil sein oder noch schlimmer ich drücke das am besten mit 100 prozent weil das soll schön massiv und ja soll nie soll niemals kaputt gehen das ist beim 3d druck aber tatsächlich eigentlich nicht notwendig ganz im gegenteil wenn man den infil auf 100 prozent stellt hat man häufig so kleine blasen an der außenwand vom 3d druck weil einfach die wände sich übereinander also diese infil wände sich reinlegen an die outer wall stoßen also diese äußere wand und sich dann hoch wöben und dadurch entstehen so kleine kugeln an der oberfläche des 3d drucks wodurch der wieder ja unschön wird und besser nachbearbeitet werden muss standard infils oder in dichten für das infil sind so 15 bis 30 prozent mehr braucht man eigentlich selten gut kommen wir noch mal zu einem kurzen punkt und zwar der firma also die sprache die unser 3d drucker am ende spricht und den maschinen code den der drucker am ende versteht eine open source und kostenlose variante die eigentlich bei den aller allermeisten druckern aufgespielt ist ist die marlin software die läuft am ende auf dem mainboard des 3d druckers und ist für die koordination zuständig also sie koordiniert das zusammenspiel von heizelement steuert die motoren bestimmt was auf unserem display angezeigt wird und welche einstellungen wir während dem druck oder am drucker direkt haben und sie managt natürlich auch alle sensoren so ein automatisches bett leveling wenn das unser drucker unterstützt zum beispiel wird alles in der firmware geregelt die firmenware hat am ende einen sogenannten oder braucht einen g code um den drucker dann am ende anzusteuern dieser g code ist dann einfach eine lange lange reihe von maschinen befehlen die der drucker abarbeiten kann wenn euch die marlin filmware interessiert habe ich euch hier noch mal den link aufgeschrieben wenn ihr einen basteldrucker zum beispiel aus china habt kommt der meistens mit einer firmware des herstellers es macht häufig sinn da marlin drauf zu spielen weil marlin viel viel mehr unterstützung erfährt und tatsächlich auch meistens oder häufig ein schöneres druckergebnis liefert als die kosten firmware die bei einem basteldrucker dann vielleicht drauf war da gibt es aber auch sehr viel unterstützung im internet google einfach euren drücker euren drucker und marlin da gibt es meistens schon fertige repositories schauen wir uns zu einer g code datei doch einfach mal an sie hat sehr sehr viele zeilen das hier ist tatsächlich nur der anfang einer g code datei und sie ist freundlicherweise auch etwas kommentiert und wir sehen hier diese g befehle sind zum beispiel dass man die absoluten koordinaten verwenden soll dass man den 3d drucker einmal homen soll also alle entschalter anfahren damit er weiß wo am ende ist und natürlich auch die befehle fahre x auf diese position fahre den extruder auf diese position wenn euch das interessiert das ist wirklich für profis könnt ihr einmal bei marlin nachschauen da gibt es die verschiedenen befehle die ihr dann auch selbst schreiben können und code examples etc sowas eignet sich zum beispiel um eine automatische routine zu schreiben damit das bett also gelevelt werden kann und der drucker automatisch alle bett level punkte anfährt ok schauen wir jetzt aber einfach mal in den brusas leiser rein hier ist er auch schon ich habe hier mal ein kleines wunderschönes t erstellt um euch einige objekte zu zeigen es gibt erst einmal zwei ansichten das ist hier der die solide ansicht des 3d modells und das ist hier einmal die schicht ansicht die entsteht erst wenn ihr das objekt gesleicht hat also schicht für schicht aufgebaut habt so es gibt die möglichkeit hier das objekt entsprechend auf dem druckbett zu verschieben oder noch einmal zu skalieren wir können es natürlich auch manuell drehen oder hier einfach sagen okay leg dich jetzt auf diese kante oder da bist du vielleicht gar nicht so gut leg dich wieder auf diese kante ähm genau wenn das ganze jetzt gesleicht wird dauert das kurz und wir gehen automatisch hier in diese schicht ansicht hier ist es wichtig immer wenn ihr eure datei gesleicht hat einmal schicht für schicht durch zu scrollen ob euch der parameter hier so oder ob euch die parameter hier schon mal so gefallen oder ob euch irgendetwas auffällt ähm da macht es vor allem sinn einmal auf die bodenschicht zu gucken liegt mein objekt wirklich plan auf weil häufig passiert ist ähm kann ich einmal demonstrieren dass es zum beispiel hier so leicht na ich möchte nicht drehen äh dass es hier so leicht hochgekippt ist und wenn wir das dann entsprechend slicen und uns die bodenschicht oder hier sehen wir schon dass er stützt strukturen darunter generiert aber wenn wir uns die bodenschicht ansehen sehen wir okay hier bis da diese lila äh bodenschicht kommt dauert irgendwie ganz schön lang und die sollte doch eigentlich plan aufliegen das heißt hier hat man schon mal eine erste fehlerquelle gefunden und kann sie entsprechend vermeiden ähm ich stelle einmal ein anderes infill ein weil dieses äh gyroid ja doch eher ungewöhnlich ist so aber wir sehen jetzt auch direkt wenn wir das umgestellt haben slicet er wieder und wenn wir in die schichtansicht gehen und jetzt hier runterscrollen sehen wir dass ein anderes infillmuster eingelegt wurde nämlich einfach diese kleinen vierecke hier ähm in der schnelleinstellung gibt es zum beispiel auch die möglichkeit hier das infill einmal anzupassen wir müssen das entsprechend wieder slicen damit er weiß wie die schichten jetzt aussehen soll und wir sehen direkt okay das ist jetzt nicht mehr so dicht wie eben schon aber diese 15 prozent waren schon echt dicht und sind für dieses teil auf jeden fall mit ausreichend ich lege das jetzt mal wieder schön auf den boden so damit wir das auch gut gut sehen wir gehen jetzt einfach einmal durch die einfachen einstellungen ich hoffe ich komme jetzt recht weil ich sonst immer in den experten einstellungen unterwegs bin es gibt erst einmal voreinstellungen nachdem ihr euren drucker ausgewählt habt das ist jetzt bei uns zum beispiel der brusa i3 mk3s und da könnt ihr erst mal sagen okay welches material verwende ich denn zum beispiel hier mit kommen schon sehr sehr viele voreinstellungen die ihr nutzen könnt wie die geschwindigkeit des druckers oder die temperatur der nozzle die eigentlich in den allermeisten fällen für ein standard pla geeignet sind so dass ihr nur noch kleine anpassungen machen müsst damit der druck wirklich gelingt hier kann man einmal die z also die die den z versatz einstellen wie viel die druck achse verfahren soll bei jeder schicht das kommt natürlich darauf an wie man drucken möchte und das wirkt sich immer auf die druckzeit aus wenn wir jetzt zum beispiel hier einmal ja das möchten wir tun auf 0,15 umstellen sehen wir hier unten direkt okay dieses teil druckt jetzt eine stunde 39 wenn wir sagen hey das ist ein prototyp wir wollen nur mal gucken ob das überhaupt irgendwie was taugt so wie ich das konstruiert habe können wir das zum beispiel auch auf 0,3 einstellen und dann sehen wir direkt hier wir haben nur noch 57 minuten weil er eben weniger schritte in die z achse verfahren muss okay was wir hier jetzt sehen ist dass der drucker so einen kleinen rand um dieses druck objekt bildet das ist diese eine linie hier das ist der sogenannte skirt der ist immer sinnvoll wenn ihr jetzt keinen rand also hier dieser dieser prim von dem ich eben gesprochen habe damit es an der an dem druckbett besser haftet dieser skirt ist immer sinnvoll der fährt einmal bevor das 3d objekt angefangen wird zu drucken ab und baut den druck in der düse auf damit sich alles ja was da vielleicht noch an resten drin ist einmal schön raus schnoddert und damit dann wirklich ein konstanter filament fluss an eurer düse entsteht wenn ihr den druck startet daher am besten immer mit skirt drucken beim brusas leiser ist das tatsächlich immer voreingestellt das heißt man kann es gar nicht also man kann es schon wenn man es aus dem g code raus löscht aber beim leisen kann man das soweit ich weiß gar nicht ausscheiden gehen wir einmal durch die einstellungsmöglichkeiten hier gibt es einmal die druckeinstellungen das ist auch gar nicht so voll im einfachen modus da haben wir einmal die fülldichte die wir eben schon angeguckt haben wir haben das füllmuster was wir auswählen können spielt hier mal gerne ein bisschen rum und schaut euch das in der 3d ansicht in wir haben das decken füllmuster also das muster wie die oberste schicht am ende gelegt werden soll und wir haben natürlich auch das boden füllmuster und am ende noch stück strukturen da können wir einfach sagen generiere welche oder generiere eben keine und er fragt uns hier direkt ich hätte gerne eine weitere einstellung vorgenommen darf ich das tun macht in dem fall sinn der weiß das besser als ich ja sonst vielleicht noch kurz der raft der raft ist wenn wir uns das einmal anschauen dafür müssen wir das druck objekt noch mal ein bisschen drehen sonst wobei doch der erstellt das eigentlich auch so genau der raft ist so eine erste schicht hier das grüne um das druck das druckteil entsprechend aufzubauen dieser raft wird erstellt oder kann einfach abgelöst werden gerade bei flexiblen materialien kann man den dann einfach abziehen und das eignet sich vor allem wenn ihr jetzt keine platte oberfläche habt diesen raft zwischen stück strukturen und eurem druck objekt zu legen damit ihr die besser und sauberer am ende auch entfernen könnt so dann sind wir in den druckeinstellungen hier auch schon fertig und können weiter gucken welches material haben wir eigentlich die voreinstellungen hatten wir pl a gewählt die farbe ist hier eigentlich erst einmal egal wichtig ist dass der durchmesser stimmt und dass hier die temperaturen stimmen auf eurem filament was ihr gekauft habt ist meistens so ein kleiner aufkleber drauf da steht vom hersteller empfohlen mit welchen drucktemperaturen und mit welchem druckbetttemperaturen ihr das ganze drucken sollt das ist meistens so ein bereich von plus minus zehn grad bewegt euch in diesem bereich schaut euch ein bisschen an wie sieht das das teil aus wenn ich mit 210 oder 220 grad drucke dazu habe ich aber später auch noch ein paar bilder hier auch ganz ganz wichtig die druckbetttemperatur die hat nämlich sehr viel mit unserer druckbett haftung am ende wieder zu tun dann auch wieder die kühlung der kühler kühler soll ständig laufen oder eben nicht in den experten einstellungen oder erweiterten können wir hier dann auch noch die prozentzahl okay das kriegt da genau die prozentzahl also die geschwindigkeit des lüfters einstellen das macht zum beispiel sinn wenn ihr dann sowas wie petg druckt weil hier der lüfter ungefähr besser auf 80 prozent laufen sollte oder bei einem flexiblen material sollte er auf 60 prozent gelegt werden das gibt euch aber auch alles der hersteller vom filament auf seiner seite meistens mit dass ihr das dann einstellen könnt gehen wir wieder in die einfachen einstellungen ganz am ende hier müsst ihr eigentlich nie was umstellen es sei denn ihr wechselt die düse und ihr solltet natürlich beim ersten mal prüfen ob das auch richtig passiert ist der düsendurchmesser ist 0,4 mm das habe ich in meinem drucker verbaut alles gut das hat nämlich damit zu tun wie viel vorschub am ende generiert wird wie viel filament am ende aus der nozzle rauskommt okay das war es schon so viele parameter waren das doch eigentlich gar nicht hier in dem slicer gibt es jetzt zum beispiel auch die möglichkeit hier verschiedene profile für unterschiedliche schichten anzugeben schaut euch das einmal an da gibt es auch viele schöne tutorials zu wenn euch das interessiert oder fragt einfach nach hier gibt es dann zum beispiel auch die möglichkeit zweifarbig zu drucken und an der stelle ein filament wechsel vorzusehen und dann mit einem blauen filament beispielsweise einfach weiter zu drucken soviel zum prosa slicer gehen wir einmal weiter und zwar schon direkt zu unserem 3d drucker bevor wir auf den drucker schalten einmal die wichtigsten schritte die vor eurem druck machen müsst das ist nämlich einmal das auto home das kommt natürlich auf den drucker an aber ich empfehle immer es zu machen beim auto home fährt er einmal seine entscheide an in dem fall bei meinem delta drucker fährt er jetzt alle achsen einmal nach oben fährt auf seine entscheide und dann weiß er okay ich habe 210 millimeter nach unten platz und dann kommt mein druck bett wenn ihr dieses auto home am anfang nicht macht und eure z-achse zum beispiel nach unten fahrt weil ihr das bett leveln möchtet weiß der drucker nicht wo sein nullpunkt ist und wenn ihr pech habt fährt er halt direkt in euer bett rein es ist uns mit dem ultimaker original einige male passiert weil da dieser auto home am anfang wirklich gemacht werden sollte da er sonst diesen nullpunkt nicht hatte und ungebremst irgendwo einfach in seine wände gefahren ist weshalb man dann häufiger mal den ausschalter betätigen musste weil er von selbst nicht mehr aufgehört so nachdem ihr also eure endposition einmal angefahren habt da gibt es eine so an eine einstellung könnt ihr einfach wählen auto home fährt er automatisch hin müsst ihr natürlich euer material laden dafür gibt es in der software auch eine einstellmöglichkeit je nachdem was ihr da habt könnt ihr sagen okay ich habe pl a und dann hat der drucker schon vorkonfiguriert dass er auf 180 grad vorheizt und dann könnt ihr eure filament entladen und laden als drittes müsst ihr das druckbett level dass es auch wirklich schön eben ist und an allen stellen richtig auf sitzt dann als viertes das druckbett reinigen das macht man am besten mit ein wenig alkohol aber hier ist wichtig das druckbett sollte kalt sein weil wenn es warm ist dann gebt ihr den alkohol drauf der verdampft einfach dann seid ihr vielleicht lustig aber eurem druck bringt das leider nicht so viel und dann könnt ihr auch schon den druck starten solltet aber in jedem fall die erste schicht beobachten wir schalten jetzt einfach einmal um auf den drucker ich schalte ihn an vorsicht ist es vielleicht ein bisschen laut ich habe euch hier auf den drucker einmal einige objekte gelegt die man braucht das ist so eine kleine ein kleiner seitenschneider der eignet sich ganz gut um das filament zum beispiel am anfang abzuschrägen uns besser einführen zu können oder auch um schluss strukturen dann zu entfernen dann je nach drucker bei meinem ist das jetzt hier ein kleiner im bus schlüssel gibt es werkzeuge um das druckbett zu leveln also einzustellen dass es auch wirklich eben ist bei mir sind das hier so drei kleine schrauben und die müssen entsprechend angepasst werden damit es auch wirklich eben ist dann habe ich hier noch ein tuch wo ich ein bisschen isopropyl alkohol drauf gegeben habe dass es um das druckbett einmal zu reinigen und es gibt noch möglichkeiten wie hier das blue tape zum beispiel um eure druck bett haftung ein bisschen zu erhöhen falls das auf eurem glatten bett nicht so gut funktioniert okay das hier ist einfach nur ein stück papier damit wir das druckbett gleich leveln kann bevor wir aber loslegen gebe ich einmal den befehl dass er sich auto homen soll sagt das kann ich hier einfach einstellen ich hoffe ihr hört es nicht so sehr und jetzt ist er einmal ganz nach oben gefahren und ihr seht ihn nicht mehr so dann habe ich jetzt die möglichkeit zu sagen control nicht control natürlich nicht motion und move access verdammt das funktioniert natürlich jetzt nicht so gut weil ich jetzt ein bisschen zur seite gucken muss bei prepare move access ist das natürlich und hier habt ihr die möglichkeit zu sagen move set ihr seht wie gesagt auf dem bild leider nicht viel deswegen mache ich das jetzt einfach mal und hier habt ihr die möglichkeit jetzt mit dem druckkopf nach unten zu fahren ich habe das vorher als auto home gemacht das heißt wenn ich jetzt hier zu weit runter drücke bleibt dabei seinem null hoffentlich stehen und fährt nicht einfach die ganze zeit ins bett rein für das druckbett leveling es gibt viele drucker die machen das mittlerweile schon automatisch und haben entsprechende sensoren aber wenn ihr das zum beispiel selbst machen möchte ich stelle jetzt mal auf ein millimeter dass wir nicht in unser druckbett rasen gibt es die möglichkeit diesen kleinen papierschnipsel hier zu nehmen und den leicht zu bewegen während ihr das ding nach unten fährt so dafür sollte natürlich die dose sauber sein also diese filament reste die vielleicht am anfang noch dran sind sollten hier entsprechend entfernt werden so dann kann man das ich versuche das mal das jetzt vielleicht ein bisschen seht dieses papier immer ein bisschen bewegen mein drucker ist jetzt komplett auf null gefahren er stellt leider nicht ein das heißt mein papier kratzt noch nicht ich müsste jetzt also das druckbett ein wenig nach oben fahren um das exakt zu leveln das mache ich jetzt nicht weil ich dann aufstehen muss und hier ein riesen bücherberg habe den ich dann vielleicht umschmeiße weil da die kamera drauf steht aber ich würde in dem fall jetzt mit dem im bus hier diese drei schrauben einstellen würde alle punkte bei den schrauben einmal abfahren mit dem druckkopf und würde schauen dass dieses papier überall schön kratzt indem es immer so leicht hin und her bewege wenn ich das dann alles eingestellt habe reinige ich noch mein druckbett hier habe ich mein tuch mit alkohol schon vorbereitet dafür sollte ich vielleicht vorher die achse ein bisschen nach oben fahren empfiehlt sich immer ich nehme wieder die größeren schritte so nehme dann das tuch und wisch hier einfach einmal mit dem alkohol drüber das hat den effekt dass jetzt fettrückstände die wir mit den fingern auf das druckbett gebracht haben entfernt werden weil dieses fett eben dafür sorgt dass unser druckbett am ende also unser druckteil nicht auf dem druckbett haftet gut wenn wir das dann alles eingestellt haben hier müssen wir aufgehen ja dadurch dass das ursprünglich eine custom rom hatte hat es ein paar andere knöpfe wie vom hersteller vorgesehen und deswegen ist die menüführung hier etwas spannend so dann kann ich sagen okay print sd print from sd also drucker von der sd karte die dort in diesem drucker drin ist kann den druck starten dann heizt er entsprechend hoch ich bin mir nicht sicher ob ihr irgendwie dieses druckbett seht genau da seht ihr jetzt er heizt jetzt das druckbett auf 60 grad und danach wenn er das geschafft hat kommt die temperatur die stellt er dann auf 215 grad das habe ich im slicer so eingestellt hier seht ihr noch die möglichkeit die geschwindigkeit des ganzen drucks zu erhöhen der steht jetzt auf 100 prozent nimmt also das was ich im slicer eingestellt habe und hier seht ihr noch wie viel zeit er schon gedruckt hat oder wie lange er noch braucht dass es von drucker zu drucker unterschiedlich okay bevor ich die kamera fallen lasse schalte ich einmal wieder zurück macht den drucker aus damit er mich wieder besser versteht und jetzt komme ich nochmals typischen druck fehlern wie sie aussehen und wir sie vermeiden oder erkennen können das aller aller wichtigste wenn ihr euren ersten druck startet bleibt bei der ersten schicht dabei beobachtet sie und guckt ob da alles glatt läuft denn die erste schicht ist das wichtigste hier treten eigentlich schon 80 prozent aller druckfehler auf die im laufe des drucks sowieso dann irgendwann erscheinen würden dass es zum einen natürlich die gefahr vom ablösen des objekts vom druckbett das kann man mit verschiedenen mitteln bekämpfen sage ich jetzt mal aber bei kleinen oder auch hohen bauteilen solltet ihr immer einen prim verwenden der muss am ende entfernt werden das ist ein bisschen nervig aber es lohnt sich und erspart euch meistens am ende doch arbeit dann das druckbett solltet ihr gut säubern dass keine fettrückstände mit drauf sind und ihr müsst die richtige bettemperatur je nachdem welches material ihr verwendet einstellen ich habe hier einige vortemperaturen für euch für pla sind das zum beispiel 60 grad für petg 80 bis 85 grad bei tpu um die 40 grad und bei abs sogar 100 grad dann die große große frage mein druck haftet einfach nicht ich habe die temperaturen schon beliebig angestellt ich habe die den set abstand schon gelevelt und ein bisschen damit rumgespielt sollte ich ein haftmittel verwenden oder sollte ich das nicht da gibt es verschiedene meinungen und auch sehr sehr laute stimmen im internet beispielsweise deswegen habe ich euch hier einige haftmittel einmal rausgesucht die so typischerweise verwendet werden das ist einmal hier oben das blue tape welches ich bei meinem drucker ganz gerne verwende dann gibt es auch viele die mit haarspray oder hier einfachen klebestiften arbeiten bei uns im fab lab haben wir zum beispiel so extra printer fix oder betisi sprays die man verwenden kann die eigentlich auch ganz gut funktionieren es gibt extra platten die man auf sein druckbett drauflegen kann sogenannte bild tech platten wo sehr sehr viele drauf schwören ich persönlich arbeite am liebsten mit im wasser gelösten pva wenn wir uns an letzte woche zurückerinnern pva ist das wasserlösliche material aus dem stück strukturen gemacht werden und darauf haftet das filament tatsächlich sehr sehr gut weshalb ich gerne damit arbeite hier noch einmal ein bild von unterschiedlichen druckbetten hier in der mitte haben wir ein reines glasbett das unbehandelt ist hier links haben wir das glasbett von unserem ultimaker im fab lab das mit diesem pva gemisch bestrichen wurde das sieht hier einfach so ein bisschen messy und dreckig aus das ist aber tatsächlich gar nicht so schlecht wenn wir das reinigen möchten wir das von fett reinigen und nicht von diesem pva weil es dadurch tatsächlich auch besser haftet und es gibt auch so solche folien die man auf das druckbett aufkleben kann der vorteil ist hier wenn euer teil mal zu gut haftet das kann nämlich auch sehr gut der fall sein macht ihr euch nicht das druckbett kaputt sondern müsst dann nur diese folie austauschen dann gibt es natürlich auch noch verschiedene materialien aus denen die druckbetten sein können das ist einmal hier das alubett von meinem drucker beispielsweise vom brusa 3d drucker hier so ein fädelstahl bett mit einer pei beschichtung die gibt es sowohl als pulver als auch als glatte variante und hier ist das beispiel einer bild tag matte sieht die ist auch schon ein bisschen abgeranzt die war viel in benutzung aber bei unserem da winch ideen bestehen haben ist das tatsächlich die beste möglichkeit und ja die drucke sind eher zu fest auf dem druckbett als zu lose da komme ich auch zu dem punkt zu viel des guten hier sehen wir ein federstahl bett vom brusa 3d drucker wo sich die beschichtung einfach mit dem druckbett zusammen aufgelöst hat oder abgelöst hat das funktioniert auch tatsächlich ganz gerne mal oder passiert ganz gerne mal bei glasbetten und dann hat man entsprechend kleine glassplitter mit in seinem 3d gedruckten objekt und die druckplatte hat dann natürlich hier so eine unebenheit die man nicht haben möchte das heißt wenn hier zu viel ist druck das auch nicht mehr gut und man muss sie ersetzen übertreibt es also nicht mit dem haftmittel versucht es erst einmal ohne und einfach mit parametereinstellung bevor ihr jetzt zum beispiel direkt haarspray drauf pfeffert und euer objekt nie wieder vom druckbett lösen könnt hier auch mal einige bilder wo es dann zum beispiel nicht geklappt hat mit der druckbetthaftung das sieht dann hier sieht man meistens schon in der oberste in der ersten schicht löst sich einfach ab und man bekommt hier so ein filament prei irgendwie raus so wie links sollte es aussehen und hier sehen wir einmal ein problem ich weiß nicht ob ihr das schon ein bisschen erkennt aber das hat sich tatsächlich losgelöst und hier an dieser stelle sieht man dieses muster der stützstruktur die hier vorne angebracht wurde die er jetzt da hinten aufdruckt und da hat sich das druckteil einfach vom druckbett gelöst und der drucker hat dumm wer ist er weiß ja nicht dass das druckteil ab ist dort seine strukturen weiter gedruckt obwohl sich das natürlich verschoben hat seinem druck objekt mit der zeit entwickelt man so ein auge dafür wie die erste schicht aussehen sollte damit sie wirklich hält sie muss so ein bisschen angedrückt werden also wenn man sich die schicht dann hier so anschaut das bild ist leider nicht so scharf das tut mir leid sollten die layer lückenlos aneinander liegen sie sollten sich nicht so aufbauen dass ihr wirklich was überstehendes habt sie sollten aber auch keine lücken haben dass ihr durch die also auf die druckplatte durchgucken können sie sollten schön schicht für schicht aneinander liegen und hier so ein geschlossenes gitter bilden von weitem sieht das dann ungefähr so aus hier hat er gerade den prim gedruckt hier nochmal der call behaltet die erste schicht im auge hier hatten wir einige mitglieder die schnell weg mussten und zu faul dafür waren und da hat sich der druck tatsächlich vom bett gelöst und der extruder hat sich hier komplett eingeschnoddert weil er das material entsprechend nicht auf sein druckteil aufbringen konnte er hat das durch die gegend geschoben und sich dann hier stück für stück zu einen ball gebildet der dann in die ganze einheit mit reingeschmolzen ist passiert auch häufiger mal bei verschiedenen druckern und das braucht dann sehr sehr viel arbeit das einzeln mit heiß luft füllen und wärme kolben hier wieder abzutragen daher schaut euch die erste schicht an nehmt euch die zeit guckt auf die druckbetthaftung ansonsten kann euch halt sowas passieren und dann müsst ihr wieder den drucker bearbeiten wenn ihr jetzt mit schülerinnen und schülern oder anderen in eurem makerspace arbeitet habe ich hier nochmal eine folie aus unserer aktiven einweisung auf was musst du aufpassen natürlich der 3d drucker ist auf 215 grad heißt das druckbett ist meistens zwischen 60 und 80 grad es gibt verbrennungs und quetschungsgefahren wenn der drucker sich bewegt am besten hände weg die mitglieder sollten keine veränderungen am drucker vornehmen also die düsen wechseln zum beispiel machen bei uns nur gefühlte mentoren damit sie entsprechend die maschine nicht kaputt machen es sollen nur freigegebene materialien verwendet werden um zum beispiel zu vermeiden dass jemand ein eigenes abrasives filament verwendet was dann in einer messing düse ist und die komplett ja durch die reibung beschädigt bei uns bei glas betten et cetera sollte kein spachtel verwendet werden weil der entsprechend die druckbetten verkratzt und natürlich bei uns muss man sich in eine nutzungsliste eintragen da haben wir auch so ein kleines maker kartensystem um zu prüfen ob die person wirklich eine einweisung hat oder nicht gut jetzt sind wir auch schon fast am ende ich gehe noch einmal durch typische druck sachen fehler von drucken und zwar am ende ist das eine gefühlssache hier zum beispiel hat sich die struktur vom druckbett gelöst und die frage ist abbrechen oder fängt er sich wieder wir sehen er hat hier in die luft gedruckt und ich habe gesagt nö das schafft er schon man hat hier gesehen okay er hat sich irgendwann gefangen und hat sich hier wieder seine stück struktur aufgebaut und dann am kinn angesetzt das typischste was man häufig auch bei rbs drucken hat ist das sogenannte warping das bedeutet dass die das druckteil sich teilweise vom bett löst und hier an einer kante so hoch wird ein weiterer typischer fehler ist das sogenannte stringing das ist dass der drucker zwischen den objekten oder hier zwischen so teilen wie den ohren zum beispiel fäden zieht das passiert häufig wenn die geschwindigkeit nicht passt oder wenn der rückzug also die retraction einfach falsch eingestellt ist dann kann es auch sein dass die achsen einige schritt verluste haben dann druck der drucker auf einmal ein bisschen weiter links an seinem objekt weiter weil er nicht weiß dass er mit dem mit der achse hängen geblieben ist und sein druck kopf jetzt eigentlich ganz woanders ist das sieht dann so aus dann ganz ganz wichtig die richtige temperatur für das material finden dieses teil hier wurde zu heiß gedruckt das sieht man immer indem das objekt so ein bisschen fasi wird also das glitzert so ganz komisch und hat also das licht bricht sich einfach sehr sehr komisch in den zu heiß gedruckten teilen hier sieht man ganz gut hier wurde die geschwindigkeit am ende erhöht und zwar ist hier so eine eine kante ihr seht oben wird der würfel weiter das liegt daran dass hier einfach die geschwindigkeit weil man keine zeit mehr hatte um 150 prozent oder so auf 150 prozent gestellt wurde und dann kann es sein dass das druck wird das druckteil am ende etwas größer wird dann hier das war ein firmware problem da hat sich so eine sogenannte z nase gebildet das ist die stelle wo der extruder also dass das z bett bewegt und entsprechend nach oben baut und wenn das falsch eingestellt ist ist das an unserer außen kontur und nicht innen und dann könnte man die hier zum beispiel sehen das ist also meistens ein slicing oder firmware problem gut dann die kunst mit elastischem filament da muss man tatsächlich ein bisschen fingerspitzengefühl entwickeln es passiert häufig dass sich hier so löcher bilden weil man die oberen schichten weil man mehr obere schichten drucken muss hier haben wir wieder ein zu heißes material das ist eigentlich ganz gut gelungen dass hier auch und hier hat die geschwindigkeit einfach nicht bestimmt weil man elastisches material sehr sehr langsam toppen muss also üben üben fehler gehören dazu lasst euch nicht entmutigen versucht ein gefühl für die parameter und materialien zu entwickeln erlebt diese druckfehler live weil daraus lernt man sehr sehr viel die sache mit der druckbetthaftung irgendwann meistert man es gibt nicht auf fragt den foren nach fragt bei fab labs nach dieses problem haben alle nicht nur ihr und beobachtet euren drucker und während er läuft könnt ihr auch temperatur geschwindigkeit vorschub et cetera anpassen und auch einfach mal schauen in einem würfel wie verändern sich denn die schichten wenn ich diese parameter an anpassen um ein gefühl dazu zu bekommen welcher parameter was bewirkt also fehler gehören dazu lasst euch nicht entmutigen euer erster druck klappt bestimmt schreibt gerne in die kommentare ob es geklappt hat ob ich euch weiterhelfen konnte oder wenn es nicht geklappt hat was eure fragen sind nächste woche bzw ich glaube nach weihnachten geht es dann mit der 3d konstruktion weiter wie erstelle ich eigene dateien für den 3d drucker auf was muss ich achten und mit welcher software kann ich arbeiten